Kann ich jetzt endlich zum KSK? Erst ne Prüfung, ihr seid die letzten drei, ihr werdet im Wald ausgesetzt. Wer zuerst zurückkommt, wird genommen. Ich gewinn sowieso. Vergesst es, ich kenn mich hier aus. Und los, ich benutze einfach mein Thron. Shit, ich versteck mich besser vor der. Der denkt, ach ich bin von gestern. Glückwunsch zum Sieg. Alles fürs KSK.